Der Podcast für Männer mit Seele. Hier ist wieder für dich Markus Lehmkuhl. Und das heutige Thema lautet Teil 2 von 5 zu deinem 100% Erfolg. Und wie ich bereits in Teil 1 angekündigt habe, gibt es für mich drei Gesetzmäßigkeiten und eine Empfehlung. Und die wiederhole ich gerne nochmal. Erstens das Ursache-Wirkungs-Prinzip. Zweitens das Stimmigkeits-Prinzip zu prüfen. Was willst du wirklich? Drittens handeln aus Angst oder Liebe. Und viertens hör bitte auf dich selber zu belügen und stell dich deinen Gefühlen. Aber heute wollen wir über das Ursache-Wirkungs-Prinzip reden. Beziehungsweise ich möchte mit dir darüber reden. Was meine ich damit? Weißt du, und ich gebe gerne nachher einen Buchtipp rein, der das nochmal näher erläutert in der Tiefe. Was ich ja gar nicht hier will. Ich will euch ja kein Buch verlesen, sondern ich will euch von meiner Überzeugung, woran ich zutiefst glaube und auch für dich glaube und für deinen Erfolg, für dein, wie wir schon im ersten Teil besprochen haben, dein Gefühl von Erfolg. Erfolg ist ja ein völlig wertfreier Begriff, der nur aussagt, dass irgendwas erfolgt. Ob das gut oder schlecht ist, ein guter Erfolg oder ein Misserfolg, hängt nur davon ab, wie du das, was da erfolgt und sich verwirklicht, bewertest. Und welches Gefühl du damit verbindest, weil sich immer ein Gefühl damit einstellt. Ein volles Bankkonto. Dafür hast du vielleicht die Vorstellung, dass du dich frei und finanziell unabhängig fühlen wirst. Ob sich das verwirklichen wird und so sein wird, das wirst du dann sehen, wenn dein Bankkonto mal voll ist. Und auch da hörst du schon heraus, was die Ursache ist. Die Ursache von Erfolg, Tim, egal was es ist, in jeder Sekunde und Minute, ist immer ein Gedanke. Immer. So wie ich eben sagte, du hast eine Vorstellung und eine Vorstellung ist ein Gedanke. Das heißt, du stellst eine Situation, du stellst sie dir vor und zwar in deine Zukunft und guckst dann irgendwann, ob sie sich verwirklicht hat. Ursache, Gedanke, gleich und dann folgt eine Verwirklichung. Ursache, Wirkungsprinzip. Oder aber, weißt du, wenn ich jetzt einfach meinen linken Arm hebe und verwirkliche das, was ist dem zuvor gegangen, was war die Ursache? Der Gedanke und die Absicht, meinen Arm zu heben. Und das habe ich dann fast wie automatisch gemacht. Auch da ist es immer ein Gedanke. Daher bist du in jeder Sekunde, jeden Tag erfolgreich, gut oder schlecht. Ursache, Wirkung. Und wenn du die Vorstellung hast, dass ein volles Bankkonto, ja, dich glücklich macht, frei und unabhängig macht, kann es genauso gut sein, dass es ja Menschen gibt, die Stress bekommen, weil sie Angst haben, dieses Geld wieder zu verlieren. Und wenn sie diese Ursache setzen mit dem Gedanken, oh, ich habe Angst, das Geld zu verlieren. Und vielleicht läuft das sogar unbewusst, aber trotzdem ist es ein Gedanke. Was glaubst du, was sie in ihrem Alltag verwirklichen? Wie verhalten die sich, wenn diese Angst sich verwirklicht? Dann wird das in dir zu einer Haltung, die sich verfestigt. Und wie das Wort Haltung schon aussagt, aus einer Haltung erfolgt dein Verhalten. Und zwar dann ist es ein Vermeidungsverhalten, Geld zu verlieren. Denn das ist die Ursache und das ist das, was du dir in die Zukunft vorstellst. Eine Befürchtung. Du befürchtest irgendwas. Und du wirst alles tun, dass das nicht geschieht. Und du wirst dich nur in diese Richtung verhalten. Und die Ursache ist die Angst, deine Angst und deine Befürchtung. Und die resultiert in dein Verhalten. Du verwirklichst das. Du legst dir eine Vermeidungsstrategie zurecht, damit das, was du befürchtest, nicht eintrittst. Und der andere, der die Ursache gesetzt hat, hey, und für den sie stimmig ist, hey, finanzielle Freiheit, ich bin unabhängig, ich kann mir was erlauben und, und, und. Der gar keinen Stress damit hat. Der hat eine andere Haltung dazu. Der wird sich auch anders verhalten. Der wird sein Leben genießen. Der wird sich was Schönes damit gönnen. Und der wird andere Dinge verwirklichen. Das besagt Ursache, Wirkung. Und alles, was dir in deinem Leben geschieht, das Gute und das Schlechte, sag ich dir, hast du die Ursache gesetzt. Hast du den Anfangsgedanken gesetzt. Und diese Anfangsgedanke und die Ursache kannst du nur aus zwei Beweggründen treffen. Aus Angst oder Liebe. Dazu sag ich in der dritten Folge nochmal was. Oder in der vierten, Entschuldigung. Ich schmeiß das gerade durcheinander. Aber das sind die zwei Möglichkeiten. Die Ursache ist immer ein Gedanke. Entweder ist es eine Idee, eine Möglichkeit. Und was Schönes für dich. Und Stimmiges für dich. Was du dir vorstellst. Erfolg ist das, was folgt, was du dir einmal vorgestellt hast. Das ist so eine sachliche Definition. Also entweder ist es was Schönes. Oder aber es ist was Vermeidendes. Eine Befürchtung. Also der erste Gedanke. Ursache. Idee. Möglichkeit. Verwirklichung von was Schönem. Oder aber zweitens. Gedanke. Befürchtung. Angst. Vermeidung von Konsequenzen. Verlust. Vermeidung von Schmerz oder allen anderen Konsequenzen. Und danach handelst du. Es gibt nur diese beiden Wege und Strategien für die Ursachen, die du setzt, damit sich das in deinem Leben verwirklicht, was du erlebst. So funktioniert das. Und jetzt kannst du für dich einmal prüfen. Mit all dem, was du tust, was du erlebst. Und wie du dich verhältst, welche Ursache hast du da für dich gesetzt. Ist die gut für dich? Ist es eine Idee, eine Vision, eine Möglichkeit? Oder ist es angstgesteuert? Befürchtest du irgendwas? Willst du irgendwo nicht hingucken? Möchtest du irgendwas umgehen? Möchtest du keine Veränderung? Möchtest du lieber in dem bleiben, wie du bist und wo du bist, auch wenn es sich vielleicht nicht so toll anfühlt? Aber was Neues auszuprobieren, was sich vielleicht unsicher macht, vermeidest du. Dann wirst du dich danach verhalten. Aber du hast die Ursache dafür gesetzt. Und das, was sich dann in deinem Leben verwirklicht, was dann vielleicht nicht so schön ist für dich und dich so schön anfühlt, hast du die Ursache gesetzt. Durch dein Verhalten. Glaubst du, dass du Schönes erleben kannst, wenn du zu hauptsächlich in Vermeidungsstrategien dich verhältst, irgendwas zu vermeiden, was Schlimmes zu vermeiden? Glaubst du, dass es da möglich ist, Schönes zu bewirken, wenn du nur in einem Ausweichmodus bist und dafür die Ursache gesetzt hast? Was wird sich dann verwirklichen? Schau mal in deinem Leben, was du alles schon so erlebt hast. Und dann hau ich mal weiter rein und guck mal rein. Was war denn da für die Ursache? Hast du das, das vielleicht schlecht war? Oder ist es genau das, was du vielleicht irgendwann mal zuvor befürchtet hast? Meistens ist das, was dich verwirklicht, kannst du sagen, ach guck mal, das ist ja das, was ich mir gewünscht habe. Oder, oh verdammt, das ist das, was ich befürchtet habe. Und das, was du dir wünschst und das, was du befürchtet hast, das ist die Ursache. Das ist der Anfangsgedanke. Und dann wünsche ich dir, ja, gutes Gelingen und viel Spaß. In deiner Ursachenforschung, setz die richtigen Ursachen für dich und du wirst deinen gewünschten Erfolg für dich verwirklichen können. Und schau mal, wie viele Anteile Vermeidung bei dir hat, die Ursache Vermeidung und wie viele Anteile in deinem Leben die Ursache Verwirklichung, Wünsche zu verwirklichen, deine Wünsche, deine Herzenswünsche zu verwirklichen hat. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Dein Markus Lehmkuhl Dein Markus Lehmkuhl